Bei der Oneness-Methode, oder auf Englisch Ride with your Mind nach Mary Oneness, handelt es sich nicht um eine neue Reitlehre, sondern um eine Methode, die das Verständnis zwischen Reitern und Ausbildern verbessert und dem Reiter ermöglicht, sowohl mental als auch körperlich das zu erlernen und umzusetzen, was bei guten, talentierten Reitern oft so einfach aussieht. Elaine Butler ist seit vielen Jahren zertifizierte Trainerin nach der Oneness-Methode und demonstriert in diesem Video, welche Auswirkungen bereits kleine Sitzfehler auf die Balance von Pferd und Reiter haben und wie diese vom Boden aus korrigiert werden können. Okay, so, wenn die Reiterin jetzt die neutrale Mittelpositor erreicht hat, kann ich sehr viel Druck ausüben auf die Schulter und sie gibt nicht nach. Der Oberkörper bleibt sehr stabil und der Ball rollt weder nach vorne noch nach hinten. Machen wir wieder das Beispiel Hohlkreuz. Bei 50 Gramm ist die Reiterin dann hinter die Bewegung gekommen und der Ball rollt nach vorne weg. Das zeige ich gerade nochmal. Okay. Ja. Ich hab die Zelle nicht gerät. Oder, diesmalen characters. Vielen Dank.